Okay, wir gehen rein, okay? Wir machen direkt schon was ein bisschen schwierigeres, oder? Ja, Mann. Geh voll rein. Okay, also, damit ihr kurz checkt, ich hab dieses PDF. Ich mach jetzt das hier links aus. Ja, kurz zum Beweis. Ich drück jetzt hier das aus. Jetzt seh ich das hier nicht. So, okay, Stegi, du hörst mich? Ja. Officer, eine Rot-Bombe. Ja, 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 jetzt, jetzt, jetzt. Okay, was machst du am liebsten? Roter Knopf mit... Sag mir einfach, was du hast, sag mir, was du hast. Eine Bombe, ja... Mann, Bro, sag dir den ersten Button. Junge, wie kannst du jetzt schon blowen, Stegi? Was haben wir für Sachen? Achso, soll ich alles sagen? Kabel von... Nein, einfach fang mit dem ersten Modul an, Bro. Ja, roter Button mit drücken. Okay, äh, warte, ich geh zu Button, warte, hier. Ähm, wenn der Knopf blau ist und mit Abbrechen beschriftet ist, haltet... Wenn die Bombe mehr als eine Batterie hat... Hat die Bombe mehr als eine Batterie? Ja. Äh, was steht drauf? Drücken. Ist der Knopf weiß? Nee, rot. Äh, haben wir mehr als zwei Batterien? Ja. Und ein leuchtendes Ding mit FRK drauf? So ein Indikator. Nee, haben wir... Äh, steht da gedrückt halten drauf? Drücken steht da. Okay, gedrückt halten und mir die Farbe sagen. Rot. Wie, rot? Ja, ich bekomme die Farbe rot. Achso, wenn der 1 ist im Timer. Wenn der 1 ist im Timer, egal in welcher Position, damit loslassen. Okay, dann müssen wir jetzt chillen. Ähm, suchst du dann schon mal die, ähm, Kabel, die waagerecht sind? Ja, hab ich. Ähm, okay. Wie viel sind es? Äh, das sind ja so... Nee, 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 das sind andere waagerechte. Das sind ja immer die drei Stück. Also das sind so drei Teile. Eins, also die gehen von links nach rechts gehen die. Und... A, B, C, 1, 2, 3? Ja, genau, A, B, C, 1, 2, 3, genau. Oh, nein, das hab ich vergessen. Okay. Okay, du musst mir jetzt sagen, schneiden oder nicht schneiden. Und du musst immer ein, zweiter runter in der Liste. Ähm, erster roter Draht, ist der mit C verbunden? Nee, mit A. Dann... Nicht schneiden. Okay, rot mit B. Das ist der zweite Rote dann? Ja. Schneiden. Genau. Ähm, schwarz mit B. Schneiden. Okay, weiter. Ähm, das ist gleich das Game. Rot mit A. Schneiden. Blau. Ah, mach sie weg aus! Hab ich, hab ich chill, chill, blau. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie ne Bombe ist vor mir, Dicker, chill. Weiter! Blau mit C. Wie bitte? Blau mit C, nicht schneiden. Okay, richtig. Ähm, rot mit B. Nicht schneiden. Schwarz mit B. Nicht schneiden. Okay. Kann ich den Lichtschalter anmachen hier in meinem Raum, weißt du das? Keine Ahnung, mach weiter. Nee, schwarz mit C. Schneiden. Nein, 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 stopp! Nicht schneiden. Oh mein Gott, egal. Na. Blau mit B, blau mit B. Schneiden. Fuck! Okay, nächstes Game. Wir haben Hieroglyphen, du musst sagen... Haben wir's geschafft, haben wir's geschafft? Ja, es geht weiter. Wir sind zwei... Ja, es geschafft. Ja, die vier Hieroglyphen, ne? Die vier. Okay, sag mir was du was, beschreib einfach. Wir haben Kerzenständer, wir haben Hashtag ohne Senkrechte, wir haben Omega, wir haben ein Haar mit so einem schrägen Haar... Warte, 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 hat man die Fresse? Okay, sorry. Sorry. Okay. Okay, sag mir nochmal alles, was wir haben. Wir haben Kerzenständer, Omega, Hashtag mit nur einem Strich von oben nach unten und eine HN-Kombination. Ja, okay, ähm, der Hashtag, der Kerzenständer, HN Omega. Perfekt, ja, ja. Boom! Alright, let's go! Okay, waagerechte Striche, äh, Kabel, ähm, fünf Stück. Ähm, wenn der letzte Draht schwarz ist und die letzte Ziffer der Seriennummer ungerade ist, durchtrenne den vierten Draht. Ist der letzte Draht schwarz? Nein. Andernfalls, wenn das genau, gibt es einen roten oder mehr? Einen roter. Und mehr als einen gelben? Nein. Ähm, gibt es keine schwarzen? Gibt einen. Dann den ersten, den ersten, den ersten durchstern. Richtig, oh mein Gott. Boss. Okay, wir machen, wir machen weiter. Ähm, machen wir Simon Says. Wir machen Simon Says. Was ist das? Ah ja, hab ich, hab ich. Ich muss dir, glaub ich, sagen, wir haben, glaub ich, zwei Fehler. Also wir haben ja zwei Fehlerpunkte. Ja, 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 hab ich, hab ich, hab ich. Okay. Hat unsere Seriennummer ein Vokal? Seriennummer ein Vokal, ja oder nein? Je nachdem muss ich andere Tabelle verwenden. Ja, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Dann zwei Fehler. Okay, was blinkt? Rot. Dann musst du grün drücken. Okay, warte, jetzt blinkt. Warte, jetzt blinkt. Blinkt. Mach! Rot, blau. Was? Rot, rot, blau. Äh, rot, rot, blau. Dann grün, grün, rot. Ähm, jetzt blinkt. Warte. Schnell! Ja, ne, ich mach's alleine schon. Achso. Okay. Gelb ist das letzte. Was muss ich da machen? Äh, blau, 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 blau. Ja. Perfekt. Boss, okay, nice. Was ist jetzt noch? Wie viel Zeit haben wir noch? Noch eine Minute und 25. Okay, schaffen wir. Ähm, und dann, wir haben schon wieder horizontale Kabel. Sorry, die hätten wir direkt machen sollen. Blau, eins, zwei, drei und ABC. Ja, 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 ja. Ach, die eins oder drei Noten sind. Ja, fang an. Go, go, go. Ja, blau, blau, A. Äh, blau, A. Aber ich muss irgendwie mitzählen. Ich muss mit meinem Fuß mitzählen. Ich brauch drei. Warte, das hier ist rot, blau, schwarz. Okay, ja. Äh, was war? Blau? Blau, A. Blau, A. Äh, nicht durchschneiden. Okay, blau, B. Äh, nicht durchschneiden. Okay, weiter geht's. Ähm, schwarz, C. Schneiden. Rot, B. Nicht schneiden. Blau, B. Schneiden. Rot, B. Schneiden. Schneiden, okay. Schwarz, B. Nicht schneiden. Okay. Ähm, rot, B. Nicht schneiden. Schwarz, A. Nicht schneiden. Was hast du gemacht? Seit der Zeit war um. Oh, mein Gott. Das ist eine schwierige. Okay, Fehleranalyse. Okay, wir haben erstmal eine Dreiviertelstunde am Anfang gelabert, bro. Das war Arsch. Dann, also diese ABC-Huren-Söhne müssen wir als erstes machen. Ich würde mich freuen, wenn du dein Maul hältst. Wenn du bei waagerechten Kabel, dass ich dir vielleicht sage, wie viel waagerechte und direkt Farben. Nee, juck mich nicht. Ich stelle dir Fragen und dann machen wir es so. Das geht schneller. Immer pinnen. Wirklich? Ja, ja, ja. Okay, let's go. Am geilsten, Durkin nochmal. Es sind aber, glaube ich, insgesamt leichte Module, weil wir halt acht Spiele haben. Achtung. Ja, okay. Bin wir im Raum? Fang mit Button an, wenn du hast. Button gelber, abbrechen. Gelb, abbrechen. Gelb, abbrechen. Äh, gedrückt halt in Farbesang. Weiß. Äh, wenn 1 ist. Okay, müssen wir kurz chillen. Ich, danach können wir schon mal Hieroglyphen machen, wenn du Bock hast. Okay, bin ready. Okay, Hieroglyphen ist O mit einem Strich unten, ein Lambda, ein N, was ein bisschen komisch geschrieben ist. Und ich sage immer, eine Raumstation an so einem... Ja, ja, Kaffeemaschine. Äh, O, Lambda, N, Kaffeemaschine. Ja, das ist so krass. Ja, holy shit. Waagerechte Kabel, sechs Stück, frag du mich dann. Ähm, gibt es gelbe? Alter, ja, eine gelbe, eine schwarze, nicht ganz unten. Gibt es einen gelben, einen gelben meintest du? Ja, einen gelben. Gibt es mehr als einen weißen? Einen weißen, nur. Gibt es rote? Zwei rote. Den vierten Draht. Richtig. King. Genau, gelaberiert. Ja, ja, ja. Du sag mir, wo die zwei Kreise sind erstmal. Also, oben, dritte von rechts. Ja, also Reihe nach unten jetzt quasi, von oben nach unten. Dritte von rechts. Nee, also ganz oben, dritte von rechts. Ja, 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 und der zweite ist in der dritten Reihe, in der, sorry, in der dritten Spalte, in der vierten Reihe, right? Nein, 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 der zweite, äh, ah doch, ja, okay, doch, kann ich gut. Ja, genau, ja, genau. Okay, wo ist das scheiß Dreieck? Das Dreieck ist, also ich sag immer, wir gehen immer ganz rechts oben, zwei nach unten. Okay, ähm. Ähm, du, du weißt aber nicht, wo ich bin, Bro. Ich bin, oder? Ich bin neben dem unteren Ring. Hä? Du musst mir doch sagen, wo das Dreieck ist einfach nur. Du bist doch das Dreieck, Bro. Ich bin das, der weiße Punkt, rot ist das Dreieck. Ach so, ah ja, stimmt, so war das, ja, ich erinnere mich. Äh, also das, warte, das, äh, wo ist das Ziel? Das, 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 das Ziel ist ganz rechts oben, zwei nach unten. Okay, wo bist du? Ich bin unterer Kreis, rechts daneben. Okay, nach ganz rechts und eins nach oben. Ja, okay, das war leicht, das ist der Schwierbe. Easy, ja. Ähm, okay, jetzt wird es ein bisschen abfuckt. Die vertikalen Kabel. Okay, das ist easy. Sag mir, ähm, sag mir, was du hast. Also, ich habe ein blau-weiß gestreiftes Kabel. Ja. Mit einem Stern ohne LED. Okay, warte, 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 warte. Äh, blau-weiß gestreift, ja? Ja. Okay, das heißt, es ist dieser Kreis, ich muss die Schnittmenge finden. Äh, nicht durchtrennen. Okay. Warte, 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 äh, hat das rote Farbe? Nee, ne? Nee. Okay, ja, hab, weiter geht's. Jetzt rot-blau mit Stern ohne LED, also gleiche Reihe, nur mit rot, glaube ich, dazu. Äh, und LED an oder aus? Aus, LED aus. Und Stern aber da. Ja, Stern da. Äh, P. Durchtrennen, wenn die Bombe einen Parallelport hat. Das weiß ich jetzt nicht, ob der einen Parallelport hat. Da siehst du so ein Drucker, so ein Drucker-Ding, weißt du, wo man früher Drucker angeschlossen hat? Also, der hat Anschlüsse, ich weiß nicht, ob es so ein Parallelport ist. Okay, wir, 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 das Ding wird ja irgendwann grün leuchten. Dann, äh, dann schneit es durch, dann schneit es durch. Wir überskippen, wir überskippen, wir überskippen. Okay. Rot, rot und LED. Rot und LED, kein Stern. Rot und LED, das ist dieser Kreis und dieser Kreis. B. Äh, durchtrennen, wenn der Bombe... Haben wir zwei oder mehr Batterien? Wir haben zwei Batterien, ja. Dann durchtrennen. Weiß, nur mit Stern. Weiß, mit Stern. Durchtrennen. Okay, rot, nur LED. Hatten wir schon. Okay, ja, guck mal, wir mussten sie nicht durchtrennen. Geil, okay, let's go. Alles hat klappt. Okay, jetzt, wir machen Simon Sass, null Fehler. Ich gucke nach Vokal. Ja, Vokal haben wir. Ja, bin ready. Gelb leuchtet. Äh, grün. Gelb, grün. Äh, grün, gelb. Also grün und gelb ist quasi immer entgegensetzt und rot und blau ist auch vertauscht. Checkst du? Ja. Okay. Ich glaube, jetzt kannst du es alleine machen. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Oh nein, da gibt es wieder einen Fehler. Ja, okay. Ich bin dumm. Ähm, ein Fehler mehr. Gelb, grün, rot. Rot, blau. Was war das letzte? Rot. Gelb. Also? Rot, blau, gelb. Ah, wir haben es schon. Okay, jetzt haben wir noch Morse und wir haben so Buchstaben. Die Wörter sind schwierig. Ich muss hier Buchstaben durchgeben, glaube ich. Und du musst gucken, ob wir ein Wort daraus machen können. Dann muss ich schnell... Ja, 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 bin ready, bin ready, bin ready. L, L. Erste Buchstabe L. Haben wir ein Wort? Äh, ja. Oh, Digga, das ist am geil damit aufschreiben. Ich mag es damit aufschreiben, ist mir scheißegal. Das ist das Beste. Okay, sag mir die Wörter, sag mir die Wörter. Sag mir die Buchstaben von dem ersten. Nee, nee, nee. L. Ja, sag alle Buchstaben von dem ersten Slot. L, K, D, Y, N, E, L. Ja. Okay, zweite. Sag das zweite. A, H, C, P, M. Warte, warte, warte. A, H, C, P. Nach P kommt M. Ja. K. Ja. Okay, jetzt war das dritte. Und dann M, B, P, Ö, A, E, Z. Okay, mach den Mose-Code. Mach den Mose-Code und fitt den Anfang, Bro, wo die lange Pause ist. Und merk dir im Kopf schon mal so dieses B, 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 B. Ja, warte. Ich mach den Rest. Äh, probier mal Kabel, Bro. Ich glaube, Kabel ist das Wort. Mach mal kurz, 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 Pause, lang, kurz, kurz, lang. Nochmal, kurz, kurz, kurz. Also kurz, kurz, kurz ist das erste Buchstabe. Ja. Dann irgendwas lang, kurz, kurz, lang. Aber da weiß ich nicht genau die Worttrennung. Ja. Okay, ich probier, warte. Oh, fuck, wo ist denn der Mose-Code-Bastard hier? A, B, das ist richtig, ja. Okay, geil. Äh, kurz, kurz, kurz ist, äh, S. Okay, S. S. Und dann lang, kurz, kurz, lang, meinst du? Das wär X, das würd's nicht sein, Bro. Nee, nee, nur, nur lang sogar. Ich glaub, der zweite Buchstabe ist nur lang. Kann das sein? Okay, äh, das wär T. S. T. Ja, warte, 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 ich schau, ich schau. Ähm. Versuch den dritten Buchstaben rauszufinden, Bro. Ja, warte. Wir müssen am Anfang warten. Ist der dritte Buchstabe ein einzelner Beeper? Ein einzelner kurzer? Nee, nee, nee. Kein kurzer, aber es ist eher mehr, glaub ich noch. Jetzt bin ich am Anfang, pass auf. Achtung, Achtung. Stück, Stück, es ist Stück, Stück. Oh, nein. Oh, mein Gott. Nein, Bro, wir hatten's gerade. Fuck. Nee, ich hab wirklich nicht gedacht, dass wir mir Zeit knapp sind, weil wir so schnell, fand ich, waren zwischendurch. Also ich gedacht hätte, okay, wir konzentrieren uns darauf. Okay, bitte guck ab und zu. Bitte guck ab und zu. Ja, 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 auf jeden Fall. Wir müssen Dinge gleichzeitig machen. Während ich Dinge suche, musst du Dinge raussuchen. Während wir den Shit machen und du auf mich wartest, guck dir schon mal den Morse Code an oder sowas. Ja, ja, genau, ja, okay. Okay, let's go. Check dir, ob wir zwei Batterien haben. Rot, sprengen. Rot und es steht sprengen drauf. Wir haben eine Batterie. Äh, einmal kurz. Nicht richtig? Ah, fuck, mehr als eine Batterie. Restart, restart. Restart, der run is over. Raus, 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 raus. Okay, ja, okay. Tot. Der war tot, bevor er begonnen hat, bro. Holy shit. Blauer Button, gedrückt halten. Gar keine Batterie. Gedrückt halten. Und Farbe sein. Und was ist genütet? Gedrückt halten, gedrückt halten, gedrückt halten, gedrückt halten. Blau. Also die Farbe ist blau? Ja, warte, 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 warte. Äh, vier. Eine vier ist im Counter. Okay, ähm, Hieroglyphen. Ja, sag an. Stern, O unten. Also O mit Strich unten. Stern ausgefüllt? Ne, nur Outlines. Ja. Ähm, O mit Strich unten. Ja. Ähm, ein H mit so Schnörkelschirrungen. Und so ein Disney-Logos. Ein Disney-Kringer. CO, CO? Ja, ne? Äh, O Strich, CO, Stern, H. O, C, O, Stern, H. Okay, ja, perfekt, hab ich. Okay. Ähm, wir machen Simon Says. Ja. Rot, rot leuchtet. Wir haben. Hab. Äh, Vokal. Wir haben ein Vokal. Rot, rot leuchtet ist blau, blau. Also ne, einmal rot nur gleich hat er. Ja, es dauert kurz. Geht auch. Sag mir bitte immer nur das Neueste da. Gelb? Grün. Ja, welchen Baum musst du nicht abbiegen? Ich kann nicht, warte. Was? Ich hab nichts mehr Lieferando bestellt, Bro. Ah, wir haben schon fertig. Oh mein Gott, wir haben schon fertig. Was? Fragerechte Striche, Sexstück, zwei gelbe. Äh, gibt es... Ähm... Gibt es rote? Zwei rote. Vierter Draht. Richtig? Okay, wir spielen dieses Zahlenmerkspiel. Position, dies, das... Ja, 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 warte, warte, warte. Ja, sag mir, was steht drinne? Oben steht ne Eins. Okay, du musst das in der zweiten Position drücken. Was steht drauf? Ne Drei. Okay, ne Drei? Ja. Okay, hab. Oben steht ne Drei. Äh... Erste Position. Steht ne Eins drauf. Ja. Zwei steht oben. Da, wo drei draufsteht, musst du drücken. Die letzte Position, also vierte. Aha. Also... Eins steht oben. Äh... Die zweite Position. Da steht ne Zwei drauf. Zwei oben. Äh... Eins, 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 eins. Gibt die Eins klicken? Äh, äh, warte, da wo Eins draufsteht, sorry. Da wo Eins draufsteht. Ja, genau. Okay, boss, warte, 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 warte. Gut, schau. Ein Ring ist ganz links oben, eins weiter nach rechts. Ein Ring ist ganz weit, also ganz links unten, eins weiter rechts. Ja. Ich bin im oberen Ring. Ich muss ganz rechts oben, eins nach unten, eins nach links. Okay. Rechts, rechts, runter, rechts. Perfekt. Boss. Ähm, Kabel, äh, waagerecht. Hier, eins, ABC. Ja, 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 hab, hab, hab. Blau, B. Hab noch nicht, warte. Ja. Äh, okay, warte, ich mach den Rocker. Okay. Blau, B. Schneiden. Rot, B. Äh, oh fuck, das ist scheiße. Ich zäh wieder mit meinem Fuß. Äh, was war, was war, was war? Rot, B. Nicht schneiden. Okay. Äh, schwarz, C. Schneiden. Rot, B. Schneiden. Äh, rot, A. Äh, schneiden. Blau, A. Schneiden. Ich hab ja alles rot, B. Nicht schneiden. Blau, C. Nicht schneiden. Rot, C. Nicht schneiden. Perfekt, richtig. Oh! Letzte Aufgabe, wir haben vier Minuten, wir können chillen fast. Okay. Wir haben senkrechte Kabel, die mit gestreifen. Ja, mit, ja, 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 mhm. Das erste ist blau-weiß gestreift mit Stern. Mehr nicht. Äh, du musst mir nicht blau-weiß gestreift sagen. Sag einfach nur blau-rot. Ja, nur blau, ne? Blau und Stern? Blau, Stern. Blau, Stern. Blau, Stern. Nicht schneiden. Rot, Blau, Stern. Äh, schneiden, wenn du Parallelport hast. Ähm. Hab ich nicht. Ich würd lassen. Okay, lass. Nur weiß, ohne alles. Einfach nur ein Kabel. Äh, schneiden. Richtig? Leuch? Ähm, blau mit Stern. Oh, hatten wir schon. Äh, nicht schneiden, nicht schneiden. Äh, blau, blau LED. Ich würd den dann schneiden, oder? Ähm, auch nicht schneiden, außer wir haben Parallelport. Oh, also, einfach blau mit LED. Ja. Nur schneiden, wenn wir einen Parallelport haben. Dann haben wir einen Parallelport, dann schneid das. Dann muss ich aber fast alle gleich schneiden, oder nicht? Haben wir noch einen danach? Haben wir noch einen danach? Nee, nee. Also. Dann schneid den durch, dann haben wir einen Parallelport. Du hast ihn nicht gesehen, Bro. Dann haben wir den, dann haben wir einen Parallelport. Dann musst du die durchschneiden, wo ich meine. Ja, hat der klappt, hat der klappt, hat der klappt. Okay, let's go. Oh. Alter. Let's go. Bro, das war. Wir hatten echt gute Zeit sogar noch, deswegen. Ja, wir waren ultra quick. Holy shit. Sechs Module, ein Fehler. Wir dürfen keinen Fehler machen hier, glaube ich. Also, ein Fehler heißt, glaube ich, dass, wenn wir einen Fehler machen, springst du direkt hoch. Ja, ja. Okay, ja, let's go. Schaffen wir. Wer gelacht bin ich. Fangen wir mit Button an. Wir haben keinen Button. Okay. Bro, wir spielen Sachen, die ich noch nie gemacht habe. Ähm. Wir haben S-Hyroglyphen. Ja, sag. Ähm. Schwa, also Stern ausgefüllt. Ja. Ein C mit Punkt drinne. Ein Pi-Zeichen, glaube ich. Ja. So ein P mit Punkt und so ein Smiley. Smiley. Smiley, C, P, Stern. Ähm. Ich habe irgendwas komisches, wo eine 30-Sekunden-Uhr runterläuft. Ich habe einen Griff. Ich habe so... Griff musst du ziehen. Äh. Und die Zeit musst du, glaube ich, resetten. Das musst du alleine machen. Das musst du alleine machen. Wenn es runterläuft, dann explodiert die Bombe einfach so. Da musst du dich einfach drum kümmern. Okay, wir haben waagerechte Kabel. Also 1, 2, 3, ABC. Ja, ach die Bastarde. Ja, okay. Ich zähl wieder mit meinen Füßen. Ähm. Da wird es wahrscheinlich hinten auch sein. Oder was? Ich habe mich nicht gesehen, sorry. Ah, nicht schlimm. Ich habe das noch nie gesehen. Hat man zwei davon. Also kann es wahrscheinlich sein, ne? Es kann auch drei davon geben oder noch mehr. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Guck dich um. Also es gibt so welche, du kennst die, ne? Das sind so Sachen, dieser Hebel, den musst du so gedrückt halten. Und dann musst du so das Gas ablassen oder so. Das füllt sich dann wieder auf. Und wenn es komplett voll ist, haben wir verloren. Ah, hier, ja. Gas ablassen. Was soll ich da dann machen? Ja oder nein? Ja. Immer ja. Okay. Ähm. Wir haben Symbole. Also hier, Hieroglyphen. Ja, ja, ja. Fragezeichen auf dem Kopf. Pi. Ein K, das gespiegelt ist auch. Und noch Kaffeetasse, hast du gesagt. Fragezeichen Pi auf dem Kopf. Was noch? Kaffeekanne und was noch? Äh, und ein K gespiegelt. Äh. Pi. Kaffee. K gespiegelt. Fragezeichen. Richtig. Random Wort mit Buchstaben. Soll ich dir die ersten Buchstaben durchgeben? Ja, jetzt. Ähm. C. V. B. Ü. T. L. C. Ja, okay. Nächstes. Ich glaube, du musst irgendwas machen. Du musst irgendwas machen. Hier, der Daumen wird lauter. Bist du ein Taumstegi? Nein, nein. Das passt schon. Ich habe das alles im Griff einig. Okay. Das hätte ich gedacht. Also der, das ist auch... Ja, ich check, was du meinst. Das habe ich nicht gehört. Okay, ja, weiter. Äh. 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 Z. G. D. Ö. E. J. Okay, okay, okay. Mach noch eins. Mach noch eins. Warte. Also dritte Wort. Ich muss kurz nochmal die Ebel alle runterlassen. Ähm. T. S. K. A. N. F. D. Okay, easy. Mach was anderes. Ich mach weiter. Nein, bei mir ist alles zugegangen. Scheiße. Oh, dieses dumme Windows-Feedcher, wo alles zugehen. Scheiße, ich muss kurz... Okay, es ist wieder da. Es ist wieder da. Es ist wieder da. Okay. Okay, äh... Das ist nicht... Wann geht es weiter? Ähm, also die ganze Zeit eigentlich. Ich muss auf dich warten. Probier mal beten. Probier mal beten. Probier mal beten. Okay. Richtig, glaube ich. Richtig. Okay, weiter geht's. Jetzt, äh, waagerechte Striche. Ja. Fünf, gefühlen. A, B, C, 1, 2, 3. B, D, 1, 2, 3, A, B, C. Rot, B. Äh, nicht schneiden. Blau, C. Nicht schneiden. Ähm, rot, B. Schneiden. Blau, B. Schneiden. Ähm, schwarz, B. Nicht schneiden. Ähm, rot, A. Schneiden. Okay. Blau, A. Schneiden. Äh, rot, B. Rot, B. Nicht schneiden. Okay, dann haben wir noch eine Reihe. Warte. Ah, ne, haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, das hast du gut gemacht. Das war schnell. Easy points. Okay, wir haben noch Zeit für eine Bombe, danach sind wir mit Basti abgedingst. Ähm, ich sehe, ich habe irgendwas, was ich nicht kenne gerade. Beschreib. Da steht ein Timer, 35 Sekunden, auf jeden Fall, da ist ein Strich mit oben, links sind grüne Punkte und rechts sind grüne Punkte. Das ist irgendwie so ein Ding, was ich drehen muss, irgendwo hin, 26 Sekunden, ich check's nicht. Also, da steht oben. Ist es so ein Drehknopf mit Punkten? Ja, genau. Also, so. Äh, das habe ich auch noch nie gemacht. Der Drehpunkt kann in vier verschiedene Richtungen zeigen. Äh, der Drehknopf muss in der richtigen Position sein, wenn der Modultimer abläuft. Die erforderliche Position kann anhand der 12 LEDs ermittelt werden. Du musst mir sagen, wo die leuchten. Die, die, äh. Links oben, unten, Mitte, rechts oben. Bro, was, was ist das? Ganz mal langsamer. Naja, der, äh, der war auf sieben Sekunden, ich wusste so rattern. Digga, what the fuck. Okay, der ist ja tödlich, aber den kriegen wir hier noch. Hast du das jemals gespielt? Nee, das hatte ich auch noch nie. Ist das echt neu gepatcht worden? Hm, vielleicht war ich noch nicht so weit oder so, I don't know. Naja, du hast hier, eigentlich hast du hier eine Minute, 26. Okay, Heroglyphen, Lambda, N, komisch so, O, mit Strich unten, Kaffeetasse. Nochmal. Lambda, O, sch, unten, Kaffeetasse. Und N, so ein N, was so ein bisschen komisch ist. O, Lambda, N, Kaffee. Wir haben, ähm, oh, wir machen das andere Spiel. Ähm, erstes, oben, zweites, unten, drittes, beides, viertes, nichts, fünftes, beides, letztes, unten. Äh, nach oben, nach oben, nach oben. Okay. Ähm, Symbole. Euro, O mit Strich unten, Fragezeichen auf dem Kopf und H mit Kringel. Euro, O, H, Fragezeichen. Äh, ich glaube, das wäre, was hast du gesagt? Euro, O, H, Fragezeichen. Ja, ich glaube, for real, Discord hat das komplett abgebrochen. Ich glaube, bei mir kam nur an, Euro, Fragezeichen. Ja, jetzt kommen die Excuses, Discord. Klar, klar, das war wahrscheinlich Discord, Bro. Oh mein Gott. Will, das bin ich jetzt nicht der Einzige. Nein, 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 wirklich. Ja, nein, nein, das war wahrscheinlich Discord, Bro. Warte, ich mach nochmal. Nein, nein, nein. Drei, zwei, drei, zwei, eins, los. Sag es nochmal. Er hat geleckt. Nee, sag einfach nochmal alle. Also, Euro, Fragezeichen auf dem Kopf, O mit Strich unten und H mit Kringel unten. Euro, H, Fragezeichen. No, no way. Bro, what the fuck, das hat für ein Regeleckt. Ja, ich hab nichts gehört, einfach Euro, H. Ist das dumm. Und ich denke mir so, ja okay, dann kriege ich halt das H. Ist das dumm. C, O, O mit Strich unten, Fragezeichen auf Kopf und C falschrum mit Punkt drin. Oh, C, C, O, Fragezeichen. Sag es nochmal, echt jetzt. O, C, C, O, Fragezeichen. Klappt. Ähm, ich will machen dieses Zeitspiel. Ja. Erstes nichts, zweites nichts, drittes nichts, viertes unten, fünftes beides. Links. Und letztes nichts. Okay, Symbole, O mit Strich, Lambda, A mit T und das N. O, A, Lambda, T. Warte mal, T gab's nicht. A, T, also ein A mit T Strich, also A. Also, O, A, T, Lambda und dann das Letzte, was du gesagt hast. O mit Strich, Lambda. O Strich, Bro, O Strich, A, T, Lambda und das Letzte, was übrig ist. Achso, ich dachte, du fragst danach, welches. Okay. Ähm, wir haben waagerechte Kabel. Ja. Sechs Stück. Äh, gibt es gelb? Nein, kein gelb. Äh, ist die letzte Ziffer der Serienummer ungerade? Ja, voll. Dritten Draht. Richtig? Wir machen Kabelspiel, blau, ähm, LED-Stern. Durchtrennen, wenn wir einen Serial-Port haben. Hm, skippen wir dann vielleicht mal. Ähm, rot-blau. Bro, dann du musst doch wissen, was ein Parallel-Port ist. Ja, okay, weiter geht's. Blau, blau, rot mit LED. Durchtrennen, wenn an der Bombe mehr als zwei Batterien sind. Oder zwei. Zwei oder mehr. Zwei. Zwei. Dann durchtrennen. Ah, war's nicht. Bro, LED, rot-blau. Ja, LED, rot-blau, ja. Nein, ich hab mich verkauft. Oh. Oh, lass das so, lass das gehen, Bro. Okay. Aber gut, game, lass das irgendwann nochmal spielen. Vielen Dank.